Vitamin D, Weichkapseln aus Gelatine vom Arzt verschrieben bekommen. Darf man diese verwenden oder muss man sie wegschmeißen? Man darf sie nicht verwenden und man muss sie wegschmeißen. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Heilung nicht in etwas Verbotenes gelegt. Von daher ist das nicht erlaubt, diese Sache zu nehmen. Wenn es eine absolute Notwendigkeit ist und es hier um Leben geht, dann ist das eine andere Sache, aber ansonsten nicht. Und hier in dem Fall Vitamin D-Tabletten sind das im Regelfall nicht.